An den Waldrand soll jetzt die Reise gehen, denn dort gibt es heute was zu hören und was zu sehen. Wir laufen und laufen und laufen, so kommen wir prima voran. Wir hüpfen und hüpfen und hüpfen, genau wie so'n Gummiball das kann. Wir rennen und rennen und rennen, schon haben wir schnell und kinderleicht. Eins, zwei, drei, hopp, 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 unser nächstes Ziel erreicht, Ding Dong. Kinder, das habt ihr Knuddeldi-Muddeldi-Toll gemacht! Das war's. 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 Das war's.